Hallo Leute und willkommen zu Neues Ziehen, ja wir ziehen jetzt bei Naruto Ich hab noch ganz lustig im letzten Video von Yu-Gi-Oh! gesagt, es gibt keinen interessanten Banner Jetzt gibt es ein, ich will diesen Naruto Ich will unbedingt diesen Naruto Und Gara ist auch nicht schlecht, außerdem kann man da auch noch Minato bekommen und einen anderen Itachi Und ich liebe Itachi Ich hab mir gedacht, wir machen zweimal Multi Und den Rest noch Single und dass ich noch eine Multi übrig hab So, dann starten wir mal Okay, komm Komm, Situation Was denn? Komm Komm Sakura! 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 Ja! Hu, läuft bei mir Gleich nachvoll an Oh, zwei Goldene Oh, zwei Goldene Okay Sakura Sakura Konkur Konkur Jetzt Ah ne, erst noch Jetzt, jetzt komm Ja! Geht doch! Gleich gezogen! Hu, peace, Alter! Wie geil! Mein Naruto Wenn ich jetzt noch Hitachi gezogen habe Oh, Tariuja oder wie die heißt, gell? Der Tariuja Und? Hu, Gara Nicht schlecht Hitachi wäre mir lieber gewesen Mann, ich will Hitachi Okay Okay Wenn wir das erste Mal Naruto ziehen Natürlich Ich hab Wie ihr ja seht vom Rank Ich spiele es nicht so oft Ähm Ich habe es mir aber auch vorgenommen Je nachdem Ich habe ja jetzt im Prinzip vier Spiele auf dem Handy, die ich öfters zocke Okay Okay, gleich wieder Starscape Okay Tor 1 Tor 2 Tor 3 Ah, schade Egal, eine Goldene Ein Goldene Charakter haben wir auf jeden Fall Ich hätte echt gehofft, Sakura kommt nochmal Und? Fuck! Keine Hitachi Keeper Echt jetzt? Okay, ruhig schon, Mauro Der mag ich Ah, leutz, leutz, leutz So, jetzt machen wir den Rest Was habe ich noch? Ah, die Hamato Joints to Frey Ich will Holzkopf nicht Holzkopf wird keine Sau Holzkopf kann mich mal So, jetzt machen wir noch ein paar Singles Ja Dass ich mindestens noch einmal Multisample machen kann Okay, das war gar nichts Das war gar nichts Das war gar nichts So, nochmal eine Singlesammon Komm! Sasuke, 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 Sasuke Sakura, Sakue, Sakure, Sakure Schade Ich hab jetzt gedacht, Sakura kommt jetzt auch noch Das wärs gewesen Okay, wir haben Danko Okay Machen wir nochmal eine Single-Summer Okay, zweites Tor Sasuke? Sasuke? Man, Sasuke, wieso? Okay Schon wieder gern Kugu, den hab ich doch schon Okay Komm, Sasuke Oh, wieder nix Okay Noch drei Singles haben wir noch Noch drei Singles Wenn da jetzt nichts auftaut, dann weiß ich auch nicht Jetzt komm Jetzt komm, Sasuke Sasuke Du steckst Uchiha Wieso? So kommst du nicht Hier russen Wieso? Hab ich doch schon Halt nicht auf Nee, sorry gar nicht Ich will Itachi Gib mir Itachi Hey Hey, Itachi ist auch auf dem Banner Ich will Itachi Ja, jetzt kommt der Geld sofort Okay Gib mir Sakura Gib mir Sakura Los, noch Sakura Ich krieg mir eine goldene Das ist dann Itachi Und dann fick dich doch halt einfach mal Und was bist du? Was bist du? Na Ipiki Wer wäre Ipiki? Okay Noch eine Single Die letzte Vielleicht mach ich noch eine Multi Ich weiß noch nicht Dadurch, dass ich glaube Ich glaube, dass ich eh nicht so oft bei Naruto ziehen werde Komm, Sasuke Komm, Sasuke Ach, na Ich mach grad mal eine Bronze Ach, fick dich doch einfach mal Soll man noch eine Multi machen? Komm, gib ihm Gib ihm Ich werde es so bereuen, weil nachher ein bestimmter bessere Banner kommt Das ist so bekloppt Sasuke Sakura Ich habe trotzdem zwei goldene Komm, jetzt mein Itachi Sei mein Itachi dabei Und ich bin zufrieden Okay Los geht's Von einer Skala von 1 bis 10 Und 10 ist das beschissenste Bist du 100% 20 Mein Gott Mein Gott Okay Okay Okay, ich lebe mir Marus Okay Jetzt mein Goldene Komm Sei die Tasche Daidara Also die Leute, die mich nicht verfolgen Die müssen nicht hasse Daidara Das ist mein Yanchu Oh Mann Echt jetzt Der falsche Alkatsuki Ich wollte Itachi Nicht Daidara Wer will Daidara? Wer will ich den Vogel? Keiner will Daidara Das ist doch ein Spast Ich mag Daidara Na dann ist das auch noch Gesam Fick dich Kein Itachi Ich wollte besseren Itachi Ich habe ja Itachi schon So ist es nicht Ihr seht ihn ja gerade Also Warte mal Teams Wie gesagt Ich habe ewig nicht mehr gespielt Charakterliste Also Sehr gut gezogen Ist Wo ist denn der? Also der Naruto Den mache ich jetzt extra auf dieses Bild hier Dass ich den Oh, was ist das? Okay, ich habe versehentlich das Spiel abgebrochen Aber das war es auf jeden Fall für das Video Ich hoffe es hat euch gefallen Bei einer Route werde ich Keine Ahnung Ob ich da nochmal ziehen werde Vielleicht ist das eine einmalige Sache Es kommt drauf an Wie ihr ja so reagiert Also wie es bei euch ankommt Ansonsten war es das für das Video Ich hoffe es hat euch gefallen Ich hasse Daidara Son Bastard Wieso Daidara? Ich blick's nicht, Mann Daidara Ich schwere das Das wird jetzt an mir nagen Das wird jetzt so an mir nagen Egal Wir sehen uns dann beim nächsten Let's Play wieder Erstmal gibt es jetzt keine Team mehr Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal